Hi, ich bin Katharina Kowalewski. Wir sind hier bei der Fashion Week in Paris und haben gerade die Show von Monsieur Castelbajac gesehen. Den treffe ich auch gleich Backstage. Kommt mit! Ich liebe die Star Dresses. Was bedeutet die Star für dich? Die Star ist das erste Icone, ich habe seit ich 17 bin. Ich war in May 1968 und es war die amerikanische Flagge. In dieser Collection, mehr Elegante Frauen, die nie immer starke. Sie denken, es ist zu girly. Meine Herausforderung war, wie kann ich die Star wiederentwickeln? Das war interessant. Und du arbeitest mit neuen Farben für dich. Was war dein Lieblingsfarbe? Die Purple. Ich liebe die starken Vivid Purple. Und ich liebe die Pink, auch. Ich bin bereit, um meine Farbe größer zu machen. Ich habe seit 40 Jahren gearbeitet. Die Yellow, Blue, und die Green. Nein, Yellow, Blue, und Red. Ja, das ist typisch von Castelbajac. Aber ich denke, ich bin bereit, um die Pink, die Purple zu öffnen. Aber nicht nur die Orange, das Maximum. Ihre Familie ist hier. Was bedeutet die Familie? Was bedeutet die Familie? Und was wollen Sie dann? Meine Familie, meine Familie. Ich gehöre zu meiner Familie. Sie gehöre zu mir. Und ich sehe meine Firma wie eine Familie. All die Leute arbeiten für mich. Es ist jetzt 42 Jahre alt. Ich habe das Design. Und was me gebt, ist Liebe. Es ist Curiosity. Es ist wie kleine Dinge, die Influenzialen können. Und ich bin glücklich. Ich habe zwei Sons. Ich habe ein Grandson. Ich habe ein tolles Team. Was ist die Messe für alle anderen Kinder? Was sind die wichtigsten? Was sind die wichtigsten? Die Messe? Ich denke, das ist die Transformation. Nichts in der Welt ist verabschiedet. Die einzige Sache ist, dass Sie die Erfahrung für diese Transformation haben. Sie müssen auch deine Schmerzen für diese Transformation. Sie müssen auch deine Wunde machen. Sie müssen deine Wunde machen. Und das ist ein bisschen über das. Each clothes I designate ist eine Teil meiner Subconscious. Und wie es ist. Wenn ich die Schmerzen für die Schmerzen mit der Schwingum und die Schmerzen für die Angele. Sie alle erinneren mich für ein Moment in meinem Leben. Weil ich denke, das wichtigste ist in fashion, es ist nicht glamour, es ist kein Luxury. Es ist Poetrie. Ich bin hier zwischen der Gastelbajak-Familie. Was sind deine Namen? Guilhem und Louis-Marie. Ich weiß auch über Louis-Marie. Er ist auch des Designs. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ich habe jetzt gerade mein Schmerzen von Le Void. Das ist eher in Casual und in Knitwear. Wir haben das entwickelt. Es ist in Deutschland, in den USA und in Japan. Und was für dich? Du bist auch in fashion? Ich war nicht, aber jetzt bin ich zurück. Ich bin ein Fotografer. Und ich mache Fotografen, meistens in fashion, und Porträte. In Amerika. In New York, in L.A. Und wie wichtig ist Familie für dich? Sorry? Wie wichtig ist es für dich? Ich denke, es ist alles. Ich meine, Familie ist das beste bond, du hast mit Gott. Wenn es auf der Welt ist, bei der Welt ist. Ich denke, es ist richtig,